YouTube, ein netter Ort. Hier könnte ich öfters mal vorbeikommen. Hi, da bin ich wieder. In letzter Zeit war bei mir ein bisschen Funkstähle gewesen. Das lag aber nicht daran, dass ich jetzt im Koma im Bett lag und stundenlang irgendwelche Sachen hineingefressen habe. Nein, ich habe einen Job gehabt und der hat mich die letzten 14 Tage so ziemlich beschäftigt. Ich habe tatsächlich neue Aufnahmen für eine Firma gedreht und das hat 10 Stunden am Tag teilweise gedauert, Nachbearbeitung und alles Mögliche. Und da musste ich halt wieder Prioritäten setzen. Wer meinen Kanal des Längeren verfolgt und dieses Vlogging, weiß ja, dass ich in letzter Zeit so ein bisschen einen kleinen Einbruch hatte, was halt eben meine Auftragsgeber anging, was halt mit dem Abenteuer zusammen lag, das ich in Naxos hatte mit dem Biggest Loser Team. Nun gut, das habe ich jetzt in letzter Zeit etwas aufgefangen, aber das hieß auch, dass ich jetzt mich dafür entscheiden musste, halt auch mal ein bisschen was zu tun, damit ich wieder ein bisschen Asch auf dem Konto habe und weniger YouTube-Videos zu machen. Ich war aber auch, was YouTube angeht, nicht faul gewesen. Das alles ist aber unsichtbar gelaufen. Ich habe im Hintergrund einige Sachen probiert und justiert und Planungen gemacht und so und das Wichtigste jetzt vor allem, was wahrscheinlich die meisten von euch interessieren wird, ist halt, wie sieht es jetzt aus mit dem Saftfasten 2020? In einer Woche wird es losgehen und ja, auch darauf habe ich mich vorbereitet und auch das wird passieren. Nur überlege ich mir jetzt gerade da eine Sache, die euch vielleicht nicht so gefallen wird. Ich habe ja früher immer dann meinen Daily Vlog gemacht, also ein tägliches Tagebuch, das beschreibt, wie es mir gerade geht. Bei meiner ersten Saftfastenkur habe ich das nicht gemacht. Ich habe tatsächlich erst da nach 16 Tagen angefangen, nachdem ich in diese Saftfastenkur erstmal hineingerutscht bin und auch da einen festen Stand dann hatte. Und ich überlege mir Folgendes, ich sage euch, wenn es losgeht, mache auch mal ein kurzes Video dazu, aber ich werde dann in erster Zeit auch wieder keine Videos machen, die dann täglich sind oder hier öfters mal was veröffentlichen, sondern ich möchte die ersten 14 Tage von dieser Saftfastenkur komplett für mich alleine durchziehen. Was aber nicht heißt, dass ich nichts davon aufnehmen werde. Ich werde schon das Ganze filmen und auch meine Erfahrungen quasi der Kamera mitteilen, aber möchte daraus dann etwas zusammenschneiden, das dann nach 14 Tagen oder drei Wochen, je nachdem, kompakt und gebündelt erzählt, was mir in dieser Zeit passiert ist. Ich denke mal, das ist für mich sehr viel besser, da ich mich nicht zweiteile, also sprich Saftfasten und Filmaufnahmen zu machen. Das hat mir schon immer Probleme bereitet, denn ich bin, was das angeht, ziemlich fanatisch. Also wenn ich anfange, diese Filme zu machen, dann rutsche ich da immer mehr rein und ich steigere mich auch immer mehr da hinein. Und das führt dazu, dass ich dann tatsächlich meine Priorität vom Saftfasten aufs Filmemachen verlege. Und das ist nicht gut. Ja, also ich sage mal so, dieses Daily Vlog Ding, das ist gut, um mir auch ein bisschen zu zeigen, wo ich bin. Das ist gut für euch, um zu sehen, was ich mache. Aber es ist nicht gut, wenn es zur Priorität wird und mich von meinem eigentlichen Ziel abbringt. Und ich möchte den Fokus auf Saftfasten diesmal richten. Ich habe Bock drauf, ich habe meine Pläne dazu und ich habe Großes vor, wie immer. Also das ist eine Wiederholung, klar, logisch. Also Ticwa dreht sich wieder mal im Kreis. Also ich bin wieder am Jahresanfang, wie immer, und habe jetzt meine Saftfastenkur vor mir. Und wie lange das läuft, keine Ahnung. Ich werde jetzt da keine Versprechungen machen, das habe ich auch schon am Jahresanfang gesagt. Ich will es einfach loslegen, ich will es durchziehen und ich möchte es für mich machen und nicht, um andere Leute damit zu beeindrucken oder so. Ich suche einfach meinen goldenen Pfad. Wer meine Videos kennt, weiß, zu diesen ganzen Schlagwörtern gibt es auch andere Videos, die das genauer beleuchten. Aber lasst euch diesmal erstmal gesagt sein, ich bin nicht weg. Ich bin nur sporadischer da, da ich im Leben einige Sachen korrigieren muss. Und der YouTube-Kanal ist zwar cool, aber er ist jetzt nicht so wichtig, dass ich jetzt meine ganze Lebensenergie da hineinstecken werde. Es gibt aber noch eine zweite Sache zu diesem ganzen YouTube-Video machen und das hatte ich auch schon mal beim letzten Video angesprochen und das ist diese Patreon-Sache. Und ich danke euch mal sehr herzlich erstmal, dass ihr darauf mir fleißig geschrieben habt, wie ihr die ganze Sache seht. Und ich gebe den meisten von euch recht und sehe die ganze Sache genauso wie ihr. Ich möchte aber erstmal jetzt ein Missverständnis aufräumen. Moment. Oh, Kaffee, gut. Und zwar, das Missverständnis ist folgendes gewesen, das habe ich auch nicht gut erklärt, dass man denken könnte, dass ich jetzt jedes Video zu cool machen will. Das ist totaler Blödsinn. Ich werde auf diesem Kanal immer wieder weiter meine Vlogs machen und werde auch andere Videos machen, Reisevideos, was auch immer, was mir gerade so vor die Kamera kommt. Und das wird immer gratis sein. Auch diese Patreon-Sachen, die ich machen möchte, die sind genauso gratis. Es ist Blödsinn, Geld dafür zu verlangen. Warum auch? So funktioniert die ganze Sache nicht. Ich mache das aus Leidenschaft. Ich mache, weil ich Bock habe, Videos. Und ich liebe es, tatsächlich auch eine Community zu haben, die ich mit Videos beliefern kann. Also ich habe Aufmerksamkeit. Und das ist Gold wert. Weil damit entfesselt man den Künstler. Wenn er weiß, dass es auf fruchtbarem Boden fällt, dann fängt er an verrückter zu werden, größer zu werden, ausgeflipptere Sachen zu machen und so. Und das sieht man auch bei vielen anderen Kanälen. Da hat sich das immer genauso entwickelt. Bei mir ist es halt mehr stagnierend. Ich habe jetzt, seitdem ich meinen YouTube-Kanal habe, ich habe 2007 angefangen. Mein Name ist Lucius Love. Ich habe es nie geschafft, mal einen Kanal über 1000 Leute zu bekommen. Das ist mein Ziel dieses Jahr. Möchte ich machen. Aber es geht nicht, wenn ich nur Vlogs mache über ich bin so fett und will wieder abnehmen und ich schlürfe halt ein bisschen flüssiges Essen. Bla 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 bla. Nee, so geht es nicht. Tschüss Ronja. Das war Ronja. Es ist ein Teil dieses Kanals, aber es ist nicht, was ich bin. Ich bin viel mehr als das. Mein Name ist Tigwa. Und das hier ist Tigwa Talk. Und ich interessiere mich auch viel, viel mehr Sachen. Und da kommt dieses Patreon-Ding ins Spiel. Patreon bedeutet, es ist wie ein Mäzen aus dem 18. Jahrhundert, 17. Jahrhundert. Zum Beispiel Mozart hat Mäzen gehabt. Die haben ihn gefördert. Das heißt, sie haben ihm Geld gegeben, ohne dass sie eine Gegenforderung hatten. Sie haben ihn einfach nur unterstützt, damit er seine Arbeit machen konnte, weil sie überzeugt davon war, dass es wert war, ihn zu unterstützen, weil Mozart einfach ein geiler Kerl gewesen ist, der extrem geniale Musik gemacht hat. Ja, ohne diesen Mäzen hätte Mozart alleine nicht lange überleben können, weil der Bursche war arm gewesen. Jeder Künstler war jetzt kein vermögender Mensch gewesen. Er musste quasi auch ums Überleben Sachen machen. Ja, und das ist natürlich blöd, wenn du eine Kreativität hast, die du ausleben willst und du es nicht kannst, weil du eher bei Aldi an der Kasse sitzen musst, um zu kassieren und Kohle zu machen. Ja, und da kommen diese Patreon und Mäzen ins Spiel. Und das ist dieses Patreon-Ding. Patreon heißt nicht, ich verkaufe Videos, totaler Blödsinn. Patreon heißt, wer Bock hat, nur wer Bock hat und überzeugt ist, dass es wert ist, mich zu unterstützen, ja, der kann sich da einklinken. Das geht von einem Euro, fünf Euro, bis zu 25 Euro. Und das nicht im Monat oder in der Woche, sondern pro Video. Also ich leiste etwas dafür. Meine Sache, die ich bei Patreon anbiete, ist, ich mache eine neue Videoserie. Und diese Videoserie, die wird nur stattfinden mit der Unterstützung der Patrionen. Für jedes Video, das ich mache, werde ich dann quasi von einem Patrionen eine Spende bekommen. Und diese Videoserie heißt Smart Style. Smart Life, das haben schon andere benutzt. Smart Style hört sich sehr cool an. Also statt Lifestyle, Smart Style. Ein smarter Lifestyle. Ich hatte ja schon öfters angefangen, habe andere Videos gemacht, die in diese Richtung gegangen sind, die aufwendiger waren, diese Besser-Lebenssache und auch dieses Live Warrior Ding und so. Sie haben für mich alle eine Begrenzung gehabt und das war diese verdammte Begrenzung, dass sie immer nur in einem Thema sich gedreht haben. Aber ich möchte das Ganze ein bisschen weiter ausfächern. Ernährung, ja. Aber auch alles, was zum Leben noch dazu gehört. Und dazu halt interessante Themen, die ich recherchiere, aufbereite, wo ich ein Drehbuch schreibe, wo ich Texte schreibe, wo ich moderiere, wo ich aber auch Animationen mache oder halt Zwischenfilme, die das Ganze genauer beleuchten. Also Infotainment nennt sich das Ganze, ne. Also ein sehr informatives Video, das 10 bis 15 Minuten lang sein soll, aber auch sehr unterhaltend sein soll, ne. Also aber natürlich auch einen Mehrwert haben soll. Und dieses Projekt Smart Style, das ist das, was ich bei Patreon jetzt quasi entstehen lassen möchte. Und verrückterweise ist es tatsächlich, auch wenn ich das jetzt bisher schlecht erklärt habe und kaum beworben habe, dazu gekommen, dass ich inzwischen vier Patrionen habe, abgedreht. Und ich freue mich total, dass überhaupt jemand auf die Idee gekommen ist, mich verrückten Typen tatsächlich zu unterstützen. Diese Patrionen haben jetzt 1 Euro, 3 Euro und 5 Euro Dinge gemacht. Und diese Kohle werden sie in dem Augenblick lönen, wo ich das erste Video fertig gemacht habe. Für so ein Video werde ich zwei bis drei Wochen Arbeit brauchen, ne. Also ich habe ja zum Beispiel auch dieses Smarty-Pick Zeichentrick-Ding gemacht. Das hat mich drei Wochen lang beschäftigt, dieses Ding, ne. Und ich war natürlich hinterher ein bisschen enttäuscht gewesen. Es hat wenig Gegenliebe bekommen, das Ganze, weil ich glaube, die Leute haben nicht realisiert, dass ich tatsächlich das Ding selber komplett mit jedem Strich und jeder Phase selber gebaut habe. Und sie haben mal gesagt, das ist irgendein Zeichentrickfilm, den ich mir irgendwo hergenommen habe. Ne, ne. Ähm, diese Dinge sind alle von Hand und mit Liebe gemacht. Und, äh, natürlich habe ich aber gemerkt, dass, äh, ihr nicht so sehr auf diese Zeichentricksache steht. Das ist, äh, der Comicstick war, der ist in der anderen Welt zu Hause, die ihr wahrscheinlich alle nicht so gut kennt. Und dieses, äh, äh, Ding war aber so auch der Initialzünder. Er hat mir gezeigt, wenn ich viel Arbeit dran stecke, kann ich sehr coole, aufwändige Videos machen. Denn für Firmen mache ich das schon. Aber, wie gesagt, das ist mein Job. Ne, und, äh, das hier ist halt mein Hobby. Und mein Hobby, äh, mache ich dann, wenn ich Zeit dafür habe und in diesem Aufwand, wie es sich lohnt, den zu machen. Ja, und, äh, das ist jetzt dieses Patreon-Ding. Genau. Also, um zusammenzufassen, äh, was, äh, nächster Zeit geht. Saftfasten, Aschermittwoch, geht's los. Äh, dann auf unbestimmte Zeit und, äh, Vlogs dazu, äh, werden später starten. Ich bin aber nicht weg. Wie gesagt, es ist nur sporadischer, ne. Also, ich meine, ihr kennt das eh von mir. Es ist leider nicht so, dass ich es hinkriege, jede Woche irgendwie oder jeden Tag ein Video zu machen. Aber es gibt so Phasen, wo ich dann öfters dabei bin und Phasen, wo ich öfters mal weg bin. Wer Bock hat, mich zu unterstützen und mein Smart-Style- Projekt zu unterstützen, ne, kann sich das Ganze mal angucken. Den Link findet ihr da unten. Und, äh, ihr misst gar nichts, aber ihr könnt alles, ne. Und, äh, wenn ich es schaffe, da einigermaßen ein bisschen was einzuspielen an Geld. Wie gesagt, ich will nicht reich werden. Ich, äh, will nur einfach Möglichkeiten finden, meine Zeit in solche Sachen zu investieren, ja. Und das geht halt nur, wenn ich halt auch ein bisschen was rein kriege, denn ich bin, äh, ein Berufskünstler, ne. Und, im Grunde genommen seid ihr dann meine Auftragsgeber. Äh, diese Smart-Style-Videos, die, äh, möchte ich dann in meiner Saftfastenzeit dann anfangen, ne. Das, wann jetzt das erste kommt, keine Ahnung. Aber gezahlt wird für so ein Video erst, wenn es denn rauskommt. Und, äh, dieses Video ist auch gratis für alle anderen. Das heißt nicht, dass das jetzt, äh, nur speziellen Leuten vorbestimmt ist. Nein, auch diese Videos werden hier gratis auf diesem Kanal veröffentlicht. Allerdings nur etwas später. Die Patreon bekommen es zuerst. Sie können sich quasi im Vorfeld mit einklinken und können mitentscheiden, welche Themen ich ansprechen möchte. Und können auch schon im Vorfeld sehen, wo das Ganze hingeht. Ein paar Making-ofs bekommen sie dann und so, ne. Also sie kriegen quasi den Entstehungsprozess mit und können sich mit einklinken das Ganze und quasi mitentscheiden, wo das Ganze hingeht. Und, äh, auch gibt es dann die Möglichkeit, sich, äh, die Filme dann in HD-Qualität, äh, herunterzuziehen. Also in bester Qualität. Die Original-Qualität, weil YouTube ja ein bisschen, äh, immer komprimiert und so, ne. Wer sich dafür interessiert und, äh, es gibt noch ein paar andere Goodies, halt, ne. Das ist halt für die Patreon als Dank dafür, dass sie sich halt eben, äh, die Mühe machen, mich zu unterstützen. Alle anderen bekommen wie gesagt auch das Video und, äh, ja, werden es genauso nutzen und niesen können, wie alle anderen Videos, die ich mache, ne. Das ist das Patreon-Ding, ne. Gut, okay, äh, genug gesappelt. Ihr wisst jetzt, was bei Mikra so geht, dass ich noch lebe und dass es alles gar nicht so schlecht läuft, wie vielleicht manche Leute annehmen. Und, ähm, ja, nächste Woche auf jeden Fall melde ich mich nochmal, bevor es dann losgeht und, äh, halt auf dem Laufenden, was halt das Ganze angeht, was Saftfasten ist und sowas, ne. Also ein paar Grundwerte sollten wir ja vorher schon wissen. Also mein Grundgewicht und so, ne. Also den Startpunkt werde ich nochmal protokollieren. Und dann geht's halt rein in die wundere Welt gesundes, abnehmens und, äh, ja, besser werden. Oder smarter. Ja, gut. Also, äh, schreibt mir in die Comments, was ihr von diesen ganzen Themen haltet, ne. Wenn euch das Patreon-Ding auf die Nerven geht, dann vergesst's einfach. Wenn es euch interessiert, der Link ist unten. Und, äh, auch sonst wäre ich sehr happy, wenn ihr mich, auch wenn ich sporadisch bin, äh, abonniert. Ich brauche unbedingt diese tausend Leute endlich, ne. Das würde mir auch einen kleinen Höhenflug verpassen, äh, um endlich aus dieser Sumpf-Niederung des YouTubes mal, äh, zu entkommen. Ja. Denn, äh, von YouTube wirst du erst registriert, wenn du tausend Abonnenten hast. Dann biete dir YouTube mehr Sachen an, die du machen kannst mit dem Kanal und sowas. Vorher bist du halt ein Amateur und auch solche Kanäle werden schnell gelöscht, weil sie halt auch, äh, manchmal Extremthemen ansprechen. Bin ich auch vollkommen, äh, dafür, dass man sowas löschen sollte, ne. Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Gut. Aber ich bin nicht so einer. Ich bin einer, der, äh, es verdient hat, mehr als tausend zu haben. Und, äh, ich arbeite dran. Damit sich das auch lohnt, für euch, mich zu abonnieren. Okay? Gut. Alles klar. Also, dann schreiben, kommentieren, abonnieren, Glocke klicken, macht den ganzen Kram und jetzt nochmal ein großes Dankeschön an meine vier Patrionen. Bis dann. Tikva. Haus.